Du erkennst den Menschen am Gesicht, also sprich an der Nase, am Mund, an den Ohren, ja an seiner Frisur und tatsächlich erkennt man auch manche Menschen an der Brille. Ja, ich habe hier gerade gesehen, hier entsteht ein neues Brillengeschäft und morgen ist hier die Eröffnung. Ich sehe da auch die Akteure, der ganz Große, da scheint der Ilme de Ries zu sein und die beiden Kleineren, das kann ich jetzt nur vermuten, vielleicht der Carsten und vielleicht der kleine Bruder. Ja, da hinten ist noch ein kleiner Porsche oder ein großer. Ja, Diversität, die Farben erkennt man, der CE-Gedanke Corporate Identity, hier ist ein Wert geschaffen, ein Erinnerungswert, ein Wiedererkennungswert. Ja, und ja, ich habe nur den Fußboden gesehen und die Farben und da wusste ich, hier entsteht ein Brillengeschäft von Eme de Riesel. Und da hinten hat er sich ja nochmal ein kleines Bild geschaffen, das er wahrscheinlich geschenkt bekommen. Und ja, kunstvoll ist das ja auch tatsächlich eingerichtet. Ja, ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch, ich habe das auch schon geschrieben und mehr hier wird nichts zu sagen. Er hat ja hier auch die Schlossakkaden, nein, er hat ja hier eine Allee geschaffen und morgen wird ja wahrscheinlich hier, ja, werden die Freunde von Eme de Ries da sein. Na gut, die Porsche-Straße lebt durch uns und der Südkopf-Bereich hat natürlich auch kreative Menschen verdient. So, diese Werbung mache ich unendgeltlich, weil ich das schön finde, was Menschen Menschen machen und ja, besonders kreative Menschen und Menschen, die kunstvoll sind. So, Amen.